hallo und herzlich willkommen zurück bei subnautica wo wir uns ja das letzte mal jede menge ressourcen beschafft haben und jetzt unsere kuppel erstmal fertig bauen und dann das aquarium dafür brauchen wir glas ich würde sagen erstmal ein bisschen glas machen keine ahnung wie viel ich jetzt rausgenommen habe und ein bisschen weiter einmal glas haben wir dann sogar noch und dann bauen wir die zwei sachen erstmal fertig bevor wir jetzt die nächsten sachen hier drin anfangen zu bauen oder allgemein die nächsten sachen bauen so und das eine glas nehmen uns noch aus dem schrank hier aus titan das titan nehmen natürlich auch mit wo haben wir das glas lithium lithium asern ist das hier noch drin ach da ist es sogar noch drin okay können wir den von hier drinnen fertig bauen können wir nicht okay gut das heißt wir gehen mal raus denn ich würde ganz gerne erstmal die kuppel fertig haben und dann mal gucken wie das aussieht vielleicht kann man da unten ja später auch noch ein bisschen beleuchtung reinbringen das wäre auch noch cool wenn man tiefer gucken kann imitiertes glas wie macht man denn imitier miri ach dieses komische glas das muss ich mal gucken das habe ich noch nie gemacht pürscherzähne okay gut pürscherzähne können wir uns auch noch demnächst beschaffen dafür müssen wir die pürscher füttern so jetzt haben wir schon mal ein schönes aquarium für das aquarium brauchen wir auch noch eine einstiegsluke die machen uns gleich hier ganz vorne hin dann kommen wir ganz schnell rein und dann brauchen wir noch ein zähnchen äh zähnchen sag ich schon nimm das ei was wir hier haben das ei was wir hier haben oh die zwei eier na gut dann haben wir zwei fische dann würde ich sagen pflanzen gucken wir mal was wir da drinnen noch pflanzen können so schön ist so können wir die da drinnen vielleicht auch pflanzen vielleicht gibt es davon eine unterwasserart so als erstes schmeißen wir mal die eier hier rein da schlüpft nach und nach irgendwas schönes draus nee das können wir nicht pflanzen das auch nicht aber den säurepilz oh gucken wir mal wenn der gewachsen ist wie der aussieht ähm dann würde ich von draußen ganz gerne noch so eine leuchte pflanze holen äh ach da haben wir sogar noch eine die würde ich da drinnen ganz gerne noch anpflanzen wollen und da wir ja das nicht pflanzen können essen wir das so das eine quarz kommt erstmal rein wieder genau wie das glas nicht okay oh wir haben gerade perfekt glas hergestellt ach da ist der pilz sogar schon gewachsen und zu dem pilz würde ich ganz gerne auch so was pflanzen hier drinnen dann ist das hier noch gleich mit indirektem licht hier drinnen beleuchtet und dann würde ich den fabrikator mal in die hand nehmen wollen ähm weil das machen wir lieber von außen ich sehe man sieht von hier drinnen so schlecht wo was ist denn ich würde ganz gerne auch noch ein bisschen fenster einbauen an unsere wände hier besonders in dem ding äh shot fenster da ähm da geht nicht okay da auch nicht okay warum geht das nicht können wir da nur ein fenster anbringen oh den shot will ich nicht haben ein fenster okay anscheinend kann man erstmal nur ein fenster anbringen kein rundrum panoramablick obwohl ich hier ganz gerne einen panoramablick hätte da brauchen wir normales glas für wow wir werden brauchen viel glas werden wir brauchen ich würde sagen wir nehmen das komplette quarz und machen das zu glas falls wir nochmal quarz für was anderes brauchen holen wir uns das quarz dafür noch so das kann jetzt einen moment dauern wir stellen erstmal glas her schade dass man da nicht so einen auftrag geben kann von wegen stellen wir mal gleich drei oder vier auf einmal her aber das wäre wohl zu schön boah wie viel glas kann man denn herstellen das sollte erstmal reichen vielleicht brauchen wir das quarz ja doch noch für irgendwas wir könnten ein rohr bauen hier noch ohne die schubkanone brauchen wir hier vorne vielleicht noch irgendwas eine taucherleine nö davon brauchen wir aktuell nichts kreislauftauchgerät absorbiert co2 um gebrauchte luft in großen tiefen zu recyceln hört sich auch nicht schlecht an erste hilfe kit das thermometer ok ich dachte wir könnten vielleicht schon den kompass bauen aber anscheinend können wir den kompass noch nicht bauen na gut so ähm ok das hätten wir jetzt von drinnen wahrscheinlich sogar machen können so ein fenster vielleicht kann man die ah die kann man auch nur nach und nach bauen so ok weil das teil hier würde ich ganz gerne einmal komplett rum rum mit fenstern haben dann haben wir da auch schon mal einen schönen Ausguck raus das kostet zwar jetzt verdammt viel titan äh viel glas und wir hätten gleich noch mehr glas machen müssen ok die eine seite das eine da hätte ich ganz gerne noch und dann reicht's so das heißt wir brauchen noch zweimal glas äh baue verstärkung oder entferne schwachstellen ähm wir müssen mal ganz schnell da was schweißen die vier so schnell reparieren äh da noch reparieren und da vorne kommt schon das Wasser rein nein das habe ich befürchtet dass das hier irgendwann passieren wird so das Loch da stopfen ähm komme ich dahinter überhaupt ran ok da scheint zu zu sein dann mal nochmal und gucken da haben wir noch kaputt oh Gott ich hoffe wir kriegen die jetzt hier schnell repariert ach da flutet's rein so schnell zumachen das hier bevor das komplett mit Wasser voll läuft ähm wow also in meinem Solospiel habe ich ewig gebraucht bis ich das Wasser wieder raus hatte so da ist alles dicht hier vorne ist jetzt wieder kaputt das kann jetzt ein paar mal hin und her gehen bis wir das tatsächlich alles hier zu haben wieder wir können bloß leider kein Shot bauen das ist das Problem uns fehlen dafür die Materialien wenn ich richtig Erinnerung habe so hier haben wir es wieder kaputt da haben wir noch okay er sagt auf jeden Fall ach da vorne ist es noch wieder kaputt ah Mist okay das Wasser läuft läuft es ab oder läuft es noch nicht ab es läuft glaube ich noch nicht ab denn hier vorne ist es wieder kaputt so boah ich hoffe das Wasser läuft hier gleich ab sonst müssen wir nämlich wieder raus und in die Seemotte Luft holen so tief wie wir hier unten sind ja ich boah schnell jetzt nochmal hier hinten rein ich hoffe dass wir es hier irgendwann unter Kontrolle kriegen so jetzt wieder nach da vorne da kommt schon wieder Wasser rein ja jetzt kriegen wir auf jeden Fall hier schon mal wieder ein bisschen Luft drinnen vielleicht haben wir es jetzt gleich unter Kontrolle hier erstmal dass es nicht gleich wieder kaputt geht alles so hier haben wir noch Löcher Hull Integrity Restored nein 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 das ist hier mir nicht ganz kaputt alles so das Wasser verschwindet immerhin schon mal immer mehr vielleicht haben wir es jetzt endlich geschafft ne haben wir noch nicht geschafft hier vorne sind noch mehr Lücken Hull Integrity Restored Drainingsystems initiiert und wieder nach vorne ach Mensch wir müssen unbedingt irgend so einen Shot einbauen damit das hier nicht mehr so schnell passiert so da ist alles dicht jetzt laufen wir leider hier durch im Schwimmen waren wir gerade schneller na komm schon jetzt läuft es hier wieder rein ich glaube wenn wir es nämlich komplett alles dicht haben läuft es nämlich nirgendswo mehr rein und dann können wir dann ist das hier auch wieder sicher aber solange das nicht passiert haben wir ein Problem so da haben wir es jetzt wieder ja wie gesagt in meinem Singleplayer habe ich auch eine ganze ganze Weile hier hin und her geschwommen keine Ahnung das waren bestimmt 10 oder 15 Minuten die ich immer hin und her bin weil immer wieder irgendwo Wasser rein kam so wie jetzt gerade wir haben das Wasser gerade wieder fast raus gehabt da kommt ein neues rein jetzt kommt das hier schon an mehreren Enden in dem Raum so da noch schnell wir hätten vielleicht die Fenster nicht einbauen sollen die sind jetzt hier doch vielleicht die Schwachstellen drinnen gewesen vielleicht hätten wir erstmal unseren Shot bauen müssen so wir schwimmen jetzt immer zwischen den zwei Räumen hin und her und hoffen einfach dass wir hier die Energie uns dann wieder haben ja hier vorne ist es wieder kaputt in der Zeit ist garantiert schon wieder hinten kaputt gegangen so wir müssen wieder nach dort hinten in der Hoffnung dass es jetzt hier nicht schon wieder doch tatsächlich da ist es wieder kaputt schon ähm den haben wir weg gut ah komm schon jetzt haben wir es hier noch kaputt da ist wieder heil jetzt haben wir es dahinter wieder kaputt wir rennen jetzt hier einfach immer im Kreis bis wir es komplett bis wir alles wieder heil haben so den haben wir mal schnell im Vorbeigehen repariert der hier ist noch nicht wieder ganz offen den haben wir jetzt auch wieder weg wow ich glaube jetzt haben wir es endlich geschafft oder haben wir hier vorne nochmal einen Riss nein okay aber unsere Schwachstellen sind einfach zu groß das Reistier anscheinend jetzt immer wieder und immer wieder ein ähm das Glas können wir natürlich jetzt nicht weg machen okay das ist blöd ähm nein ich möchte ganz gerne auf die vier wechseln bevor hier wieder Wasser eindringt aber anscheinend von hier vorne dringt schon wieder gleich Wasser ein ja hier dringt das Wasser schon wieder ein oh Mist irgendwo haben wir jetzt gerade ein Problem, ein Fehler gemacht kann ich nicht wenn ich jetzt das Schott nehme hier ans Glas packe geht nicht, okay das ist jetzt echt blöd ah cool wir können auch das die Fenster wieder abbauen das heißt wir nehmen hier einfach nochmal die Fenster raus anscheinend waren die keine gute Idee hier an der Stelle ähm nein nicht den Fabrikator der muss weg und das hier in die Hand ich weiß nicht genau ob wir jetzt die Schwachstellen weg haben von der das Spiel geredet hat ansonsten lade ich gleich nochmal den Spielstand wie wir vor den Glaswänden hatten und dann sehen wir uns wieder und äh haben vielleicht wieder ein heiles Teil hier okay jetzt haben wir hier drüben kein Leck mehr das ist anscheinend Lachs tatsächlich an den Glasfenstern okay dann lassen wir die Glasfenster da erstmal sein bis ich weiß wie wir das Wasser raushalten können tatsächlich es läuft jetzt komplett ab na gut jetzt haben wir mindestens mal gesehen was passiert wenn wir ein Problem haben wenn das Ding hier voll Wasser läuft was dann passiert mindestens in unserem Aquarium geht es hier drinnen gut so da wächst leider nichts dran aber okay so was bauen wir denn als nächstes irgendwie müssen wir das imitierte Glas dort fertig kriegen für unsere Aussichtskuppel ich hoffe dass die nicht auch irgendwie eine Schwachstelle ist so einmal noch das Titan okay das Titan ist noch voll ähm was brauchen wir jetzt nochmal für das Glas für das imitierte Glas bräuchte mit Pürscherzähne okay so wir machen das Inventar leer dann können wir nämlich inzwischen durch noch wieder neue Sachen holen wir brauchen unbedingt nochmal eine Batterie für unser Schweißgerät äh nicht beim Quarz hier in dem Schrank gut haben wir noch einen Kupfer ich würde ganz gerne immer eine Batterie noch dabei haben wer weiß wann wir die nochmal brauchen so Schweißgerät Scanner Batterien haben wir jetzt das haben wir ja ich würde da hinten lieber nochmal gucken bevor da jetzt hier sieht es jetzt gut aus gut pfuh es lag also tatsächlich daran dass wir hier hinten Glas eingebaut haben okay gut zu wissen weiß ich für das nächste Mal dann müssen wir mal gucken wie wir das nächste Mal dort das Ganze besser sichern wenn wir das ausbauen und ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder und dann gucken wir mal dass wir uns Fische fangen ich glaube das waren ja ich weiß nicht ob irgendwelche Fische gehen und dann füttern wir mal die Pürscher und in der Hoffnung die lassen dann Zähne fallen ich würde bis zur nächsten Aufnahme und ich würde sagen ciao